Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich in Black Ops 3. Meine Mitspieler wissen nicht, worum es geht, nur ha ha ha. Wir spielen ein Pink Panther Sagt. Ich werde jetzt nochmal die Regeln erklären. Pink Panther Sagt ist ein Befehl, der Folgebefehl sollte im gleichen Atemzug gesagt werden. Grundstellung ist stehend, mich anschauen und nur durch den Befehl Pink Panther Sagt, der wird er ganz oder teilweise aufgehoben. Jede Bewegung außerhalb meines Befehles ist tödlich. Es fängt an. Aua. Bewegt. So. Pink Panther Sagt, stell dich mir gegenüber an die Mauer. Da bin ich, ganz am Ende der Map. Und ihr habt zwei Leben und das ist ein... Pink Panther Sagt Speed und ich höre mich bei irgendjemandem doppelt. Es wäre schön, wenn der das abstellen könnte. Klassen wurden keine vorgegeben. Das heißt, die Menschen werden wahrscheinlich Pech haben, wenn sie die Falsche dabei haben. Wuah ha 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 ha. Das wird so unfair. Das ist unfair. Ja. Echt jetzt? Tut mir leid gegen den Kill. Könnt ihr das bitte nochmal sagen mit dem unfair? Das sind alles Bewegungen außerhalb meines Befehles. Von daher töd ich sie. So wenn du gestorben bist, dann automatisch... Ich höre mich schon wieder bei jemandem doppelt. Kannst du das mal bitte abstellen, Voltas? Voltas! Ja, ist ja gut. Das macht alles. Mute dich meinetwegen oder tu sonst was. Wenn du gestorben bist, dann kommst du bitte wieder zur Gruppe automatisch hin. Das ist ein Grundbefehl. Okay. Genau. So. Wer die Regeln nicht verstanden hat, setzt sich bitte hin. Okay. Pink Panther sagt, hinhocken. Aha. Das war definitiv nicht hinhocken. Sondern das sah eher aus nach irgendwas anderem. Ich bin voll nervös. Du bist voll nervös? Warum? Man kann doch nichts falsch machen. So. Kommt mal mit. Ah. Pink Panther sagt, folgt mir hockend. Warte mal kurz. Der ist aufgestanden. Nein. Jeder Fehler wird jetzt bestraft. Hier. Wie eine Freundin. Weil ihr einfach zwei zwei Leben habt. Und das ist ja ein Speed. Wuppeldi, 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 Wuppeldi. Pink Panther sagt, folgt mir liegend. Am liebsten mag ich das ja, wenn ihr euch gegenseitig tötet. Von daher. Messer deinen Vordermann. Wie doof. Wie doof. Pink Panther sagt, hinstellen. So. Einen habe ich mir gemerkt. Ja, ich war es auch. Wer denn? Hallo. Ich hier. Hier. Ich springe gerade. Oh. Das soll kein Problem sein. Zumindest ist er ehrlich. Prima. So. Pink Panther sagt, hinlegen. Pink Panther sagt, folgt mir. Oh, da habt ihr aber Glück gehabt, dass die Vorderleute wissen, wussten, was zu tun ist, oder? Oder? Quatsch, das ist geil. Pink Panther sagt, Stopp. Pink Panther sagt, einmal springen. Oh, keiner macht einen Doppelsprung. Hast du nicht angesagt. Okay. Pink Panther sagt, lauft jetzt an dieser Wand lang, so wo ich es sage, und kommt dann zu mir. Siehste? Da ist nämlich das Problem. Neutralisiert. Fuck. Ja, alle sind sie drüber gelaufen. Und, oh, er hat gerade so die Kurve gekriegt. So, Pink Panther sagt, folgt mir. Sind alle drüber gesprungen. Alle sind sie drüber gesprungen. Der Match-Grafik weiß gar nicht, wer Tino ist, ey. Immer der, der vorne langläuft. Immer der Trottel, der vorne ist. So, alle mal oben auf diesen Medizinbus, bitte. Du warst es auf jeden Fall noch. Und den anderen habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Ja, na gut. Ja, na gut. So, Pink Panther sagt, stellt euch da auf, wo ihr steht und bleibt stehen. So. Jetzt machen wir eine lustige Sache. Für mich lustig, für euch eher weniger. Oh, nee. Oh, nee. So. Ich hätte schon keine Lust mehr. Oh, warte kurz. Wir haben alle ein bisschen Mitleid mit dir. Oh, nee. Pink Panther sagt, kommt zu mir. Sucht euch einen Weg aus. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich wusste, dass irgendwas passiert. Wo bist du, Tino? Ich bin hier. Ja. Aua. Oh. Ist auch Putte gegangen. Haben meine Bienchen dich jetzt... Oder zerfetzt, ja. So, wie sieht es aus? Fehlt da noch einer oder war es das? Eins, zwei. Ist jemand noch nicht hier bei mir? Sind alle da? Okay. Okay, dann Pink Panther sagt, folgt mir. Was war denn jetzt? Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Ah, wie krank. Ist keiner gestorben? Aua, boi. Was macht ihr denn? Krass. Okay. Ist jetzt keiner gestorben. Pink Panther sagt, folgt mir. Keine Ahnung warum. Ist da einer runtergefallen? Affe mit Waffe? Nein. Hast du aber Glück gehabt, mein Freund. Au. So. Ja, immer noch mit Folgen. Richtig. So, Pink Panther sagt, stellt euch hier in einer Reihe vor an dem Gunnel hier auf. Also an diesem, ne? So. Nebeneinander bitte. Hier so nebeneinander. Hier so da. Hier so da auf der Straße vor dem Bürgersteig. Vor dem Bürgersteig. Da so nebeneinander. Na geht doch. So. Dann seht ihr diese Vase. Ja. Nehmt mal eure Sekundärwaffe in die Hand, bitte. Der liegt doch da noch, ne? Jetzt ist er tot. Jetzt. So. Pink Panther sagt, nehmt eure Sekundärwaffe. Die arme Vase. Pink Panther sagt, schießt auf die Waffe. Auf die Waffe? Ja. Ja, geht schlecht. Okay, Pink Panther sagt, Au. Der gibt dir die einfach ein. Alles in dir halt um Rumpröbeln. Dafür wird er geteebeutelt hier. So, Pink Panther sagt, schießt auf die Vase. Aua. Okay. Nachladen. Okay. Dann kommt mal mit. Na gut. Pink Panther sagt, folgt mir. Da waren wir schon. Gehen wir mal hier lang. Ne? Warum ging das jetzt nicht? So. Alle mal hier oben auf die Schildkröte. Oh. Es sind ein paar zu viele oben. Ja, nirgst du da. War der Befehl nicht dir folgen? Nee. Wir sollten dir doch folgen und du bist da hochgesprungen. Oh. Das stimmt allerdings. Aber alle mal auf die Schildkröte. Du kannst mir ja folgen, ohne auf die Schildkröte zu gehen. Jetzt können wir ja anfangen, hier Haarspalten zu machen, ey. Ja, wenn, dann diskutieren wir das aus. Okay, alles klar. Dann lass uns auch diskutieren. Komm mal zu mir. Ich hab dann, äh, komm mal hierher. Ja, ich bin schon tot. Ach, du bist schon tot? Das ist natürlich schade. Ja. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn du zu mir gekommen wärst. Na gut. So, wir sind immer noch bei Folgen. Oh, er hat's nicht geschafft. Ich dachte, der ist falsch angestorben. Nee. Das wäre einfach nur episch gewesen. Ja, von so einer Höhe steht man ja nicht. So, Achtung. Pinkbatter Sack, stellt euch mir gegenüber in die Wand. Es sind nur noch zwei. Beide mit zwei Leben, ja. Beide mit zwei Leben. Oh. Oha, oha. Okay. Okay, Pinkbatter Sack, stellt euch hier Rücken an Rücken. Machen wir erstmal Duell. Jetzt wird das Sekundär. Aber das Problem ist, dass der, dass er mit seiner Sekundär doch gar nicht schießen kann. Er muss doch irgendwas anvisieren. Ja, das ist ja dann sein Problem, oder? Ja, das ist mein Problem. Okay, wie ihr wollt. Also, Pink, nach Rücken an Rücken. So, genau. Okay, ja, okay. Okay, warte auf. Ich zähle jetzt 3, 2, 1 runter. Und dann dreht ihr euch um und tötet einander. Mit der Sekundärwaffe. Oder mit Nahkampf halt, ne? Irgendwie. Nahkampf, Sekundärwaffe. Ihr dürft nicht die Hauptwaffe nehmen. Okay. 3, 2, 1, go! Oh, Eier aus Stahl, Alter. Eier aus Stahl. Pinkbatter Sack, tötet den anderen. Zack. Oh, eiskalt. Warnenvorteil. Das muss man mal so sagen. So, wir beide machen das jetzt auch mal. Dreh dich um. Dreh dich um. Ja, dreh du durch. Du, droh dich. Ja, wie witzig. So, okay. Einer zählt los und dann geht's los. Okay. 3, 2, 1, los. Ich hab gewonnen. Aber das, ja, 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 egal. Willst du auch mit mir machen, Tobi? Oh, guck mal, er hat aber einen geilen Skin hier. Hast du den selber gemacht? Äh, nee. Takeaway-Skin. Warte mal stehen. Geht nicht. Ich schaue nur nach oben und nach unten. Wo ist denn der andere? Kommt der noch? Ja, steht hinter euch. Ach, da. Na gut. Dann, äh, kommt mal mit. Dann wollen wir mal noch einen anderen. Äh, äh. Okay, Pinkfandanser hat. Kommt mit. Wir müssen uns mal einen schönen, äh, einen schönen Ort finden, wo wir euch jetzt töten. Er ist jetzt schlau gewesen, hätte er andere Sekundär genommen. Wäre er schlau gewesen? Wer? Ja. Ja, hätte er. Ja, der mit dem Raketenwerfer. Hätte er. Der hätte Fahrradkette. Warum? Er ist doch. Warum? Na ja, na gut. Haben die Illuminaten was damit zu tun? Haben sie? Nein. Oder haben sie nicht? Das ist hier die Frage. Was hat der denn? Ah, er hat immer noch diese eine Sekundärwaffe. Warte mal, ich muss erst was ausprobieren. Hä, he, 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 es geht. Oh, Gott. Es geht. Okay, Pinkpandanser sagt, jeder stellt sich auf eine dieser Dinger. Okay. Jetzt wird es richtig episch schwierig. Pinkpandanser sagt, ihr dürft nur Nahkampf. Das heißt, nur Boxen geht wahrscheinlich gar nicht, weil du ein Messer in der Hand hast, ne? Ja. Richtig. Okay. Dann darfst du mich mal töten und darfst meine, da kann er meine Waffe aufheben, geht das? Ja. Mein Messer? Auch mein Messer? Ja. Okay, dann mach das mal, töte mich und nimm mein Messer. Ja, ja, saugut. Oh mein Gott. Ey, richtig geil. Du bist richtig gut. Davor verneige ich mich jetzt. Absolut der Hammer. Pinkpandanser sagt, töte mich und nimm mein Messer. Hammerhart. Also das, da muss ich jetzt mal sagen, richtig Respekt. Also das. Ey, ich war ja auch kurz vor dem Überlegen, ob ich dich töte oder so. Also das hätte ich sogar gemacht, da wäre ich drauf reingefallen. Ohne Witz. Da muss ich, das muss ich ehrlich gestehen, da wäre ich wahrscheinlich sofort irgendwie dabei gewesen und hätte den gekillt. Okay, so. Das heißt, ihr habt beide jetzt ein Nahkampfmesser. Gut, ich erkläre es. Pinkpandanser sagt, ihr werdet jetzt mit dem Messer Nahkampfmessern. Ihr dürft aber nur auf diesen Dingern stehen. Das heißt, derjenige, der runterfällt, den kill ich denn. Klar soweit. Mal gucken, ob ihr das hinbekommt. Wenn ihr beide euch irgendwie in der Luft trefft und denn beide auf der Straße aufkommt, dann rufe ich Stopp und dann dürft ihr wieder drauf gehen. Landet aber nur einer auf der Straße und der andere landet wieder auf diesem Ding. Dann ist der andere tot. Von daher, Pinkpandanser sagt, tötet euch. Das wird schwierig jetzt. Ah, nice. Oh. Er hat es geschafft. Er hat ihn gekillt. Oh, wie das aussah. Aber er war auch auf der Straße. Ja, ich war auch unten. Nein. Jetzt war es für dich. Jetzt ist das Finale, hallo. Okay, jetzt wir beide. Ja, warte. Okay. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Was war denn das jetzt? Du bist tot. Ich was? Du bist sowas von tot, mein Freund. Tötet ihn. Tötet ihn. Lauf. Stell dir runter. Achso. Ja, ich mach es doch. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Er hat auf jeden Fall auch das Recht dazu gehabt, mich da zu töten. Weil das war eben echt, das war hammerhart. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also da wäre fast jeder drauf reingefallen. Das muss man mal so zugeben. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf der Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschööööö. Oh, die Eskalation.